Hallo, ich bin Tanja, das ist der Kim, wir arbeiten als Elektroplaner bei der AXPO und wir nehmen dich heute mit zu unserem Arbeitsalltag mit. Ein Elektroplaner zeichnet eigentlich Schemas. Wir schicken sie dann zur Fabrikation und prüfen sie. Sonst, wenn es Korrekturen gibt, passen wir sie an. Das Beste an der AXPO sind eigentlich die Leute. Wir haben sie immer lustig und zusätzlich finde ich auch gut, dass wir sechs Wochen Ferien haben. Bei der AXPO finde ich es mega cool, dass wir flexible Arbeitszeiten haben und das Team so familiär ist. Ein spezieller Beruf ist, dass man ab und zu auch mal rausgeht, wenn man immer im Büro ist und dann auch sieht, was man geplant hat. Das Coole ist auch, dass wenn man Autoprüfung hat, selber auf die Barstelle fahren darf. Als Elektroplaner muss man gut in Mathe sein. Man soll alleine arbeiten und im Team. Man soll auch Geduld mitbringen, falls man noch ein bisschen länger am Plan dran ist. Jeder hat Stärke. Aber er hat zwei Power. Dann bewirb dich jetzt bei uns bei der AXPO. wenn wir jetzt in Wiener sein wollen. Dann bis an das Fahrzeug. Dann bis an das Fahrzeug. Dann bis an das Fahrzeug weiter. Bis zum nächsten Mal.